Herzlich willkommen zum letzten Teil des Themas Typografie. Was uns noch fehlt, ist eine Überlegung dazu, wie man Text am Bildschirm eigentlich auszeichnen kann. Wie kriege ich es hin, dass Textteile herausstechen von anderen, dass sie als besonders wahrgenommen werden, als anders wahrgenommen werden, vielleicht weil sie wichtig sind, weil hier ein wichtiger Satz steht oder weil man zum Beispiel eine Fehlermeldung darstellen will. Da gibt es ja Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, dass man sagt, ein gewisser Textteil muss anders aussehen. Und ich meine jetzt nicht, dass man einen Button macht aus einem Text, da hatten wir schon drüber gesprochen, sondern dass wir den Text selber verändern wollen, die Textauszeichnung selbst irgendwie ändern wollen. Was kann man da machen? Es gibt eine ganze Menge klassische Möglichkeiten, die man anwenden kann, von leichter machen, also dünner machen, fetter machen, schmaler machen, breiter kann man es natürlich auch machen, kursiv setzen, sperren kann man, also den Abstand der Buchstaben voneinander ändern. Man könnte die Schriftart wechseln, man kann Kapitelchen verwenden, also große Großbuchstaben und kleine Großbuchstaben für die kleinen Buchstaben. Man kann Versalien verwenden, also alles in Großbuchstaben schreiben, Schriftgröße ändern oder Unterstreichung. Und das Allermeiste davon sollte man bleiben lassen. Leichter machen ist eher keine Auszeichnung, das fällt eher nicht so richtig auf. Fetter machen kann man machen, dann hat man das Problem manchmal, dass man eine zu starke Lenkung hat. Und wenn man das vermeiden möchte, dass diese Aufmerksamkeitslenkung zu stark ist, dann kann man den Trick anwenden und den Schwarzwert etwas reduzieren, also zum Beispiel anstatt schwarz auf weiß, macht man dann auf einmal dunkelgrau auf weiß, dann ist die Auszeichnung immer noch da, aber die Ablenkung ist geringer, wenn das ein Problem sein sollte. Vielleicht möchte man ja auch diese Lenkung genau haben. Schmaler machen dürfte auch nicht gut funktionieren. Kursiv setzen ist eine Variante, die man machen kann, die auffällig ist, aber nicht so invasiv ist wie fett. Aber da muss man das Problem mit den Auflösungen bedenken, was wir ja besprochen haben. Ein Wort sperren, also die Leerräume erhöhen, ist etwas Altmodisches, was man eigentlich nicht mehr machen sollte. Es ist vor allen Dingen beliebt gewesen in der Zeit, als man mit Schreibmaschinen geschrieben hat, weil es natürlich eine sehr billige Art und Weise des Sperrens gibt. Man drückt halt abwechselnd immer die Leertaste und hat dadurch das Wort auseinandergesperrt. Dem Lesen ist das nicht zuträglich, wenn man das macht. Das sollte man also vermeiden. Eine andere Schriftart wählen sollte man überhaupt nie. Man kann natürlich verschiedene Schriftarten nehmen, zum Beispiel für eine Überschrift eine andere Schriftart als für den Text oder für den Text eine andere Schriftart als für eine Definition oder sowas. Das kennt man alles. Aber nicht innerhalb der Zeile einfach die Schriftart ändern. Das ist in den seltensten Fällen empfehlenswert. Kapitelchen und Versalien sind beide schlecht zu lesen. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Schriftgröße im Text erhöhen sieht eher aus wie ein Versehen, wird zwar die Aufmerksamkeit lenken, aber eher ablenkend sein. Und Unterstreichungen sollte man heutzutage sowieso unterlassen, denn Unterstreichungen werden seit dem World Wide Web in der Regel als Verlinkungen interpretiert. Also einen Text einfach nur zu unterstreichen, weil er wichtig ist, ist keine gute Idee, sondern wird als Verlinkung interpretiert. Es war übrigens auch vorher schon keine gute Idee, Texte zu unterstreichen am Computer. Unterstreichung ist auch eine Technik aus der Schreibmaschinenzeit. Das kann man sich vorstellen. Schreibmaschinen haben ja nur einen Schriftsatz, zumindest diese klassischen Typen Schreibmaschinen. Und ich habe dann wenig Möglichkeiten, Text herauszuheben. Ich konnte das mit dem Sperren machen, das habe ich schon gesagt. Es gab einige Schreibmaschinen, bei denen ich rot schreiben konnte. Die hatten zwei Farbbänder, das konnte man leicht verschieben. Dann schrieb man rot und man konnte unterstreichen. Das konnte man einfach hinterher machen. Man hat den Text dann herausgenommen, hat sich ein Lineal genommen und hat den Text unterstrichen. Aber das ist auch eine Notlösungstechnik. Das heißt, Unterstreichen ist keine besonders gute Textauszeichnungsvariante, weil man dann eine zusätzliche Linie hat, die eigentlich mehr störend wirkt als alles andere. Was man natürlich machen kann, ist, gerade wenn man Hierarchien abbilden möchte, ist, dass man Schriftgrößen anpasst. Dass man sagt, ich mache verschiedene Hierarchie-Ebenen in verschiedenen Schriftgrößen. Aber bitte nicht innerhalb der Zeile, sondern zwischen den Zeilen, beziehungsweise in verschiedenen Zeilen. Also Überschriften, anders als der Text, anders als das Kleingedruckte. Kleingedruckte, deswegen nennt man es ja so. Das ist kein Problem. Ja, natürlich ist auch eine Möglichkeit, irgendwie an der Farbe herumzuspielen. Überhaupt, welche Farbe nehme ich überhaupt für Text? Wir müssen uns also mal ein bisschen über Farbe und Text was überlegen. Farbgestaltung hat immer viel natürlich auch mit Kontrast zu tun. Und welchen Kontrast sollte man denn eigentlich wählen? Sollte man immer den maximalen Kontrast wählen, also schwarz auf weiß zum Beispiel, oder sollte man das nicht? Es gibt in diesem Zusammenhang manchmal Empfehlungen, die übernommen werden in den Bildschirmbereich, in den Bereich der Gestaltung von Nutzungsschnittstellen, die aber eigentlich hier nichts zu suchen haben, die eher in der Gestaltung von Printmedien wirklich sinnvoll sind. Da gibt es nämlich häufig die Empfehlung, nicht den vollen Kontrast zu verwenden, also nicht schwarz auf weiß, sondern einen angenehmeren Kontrast zu verwenden, der nicht so einen gleißenden Unterschied macht. Wenn zum Beispiel man schwarz auf weiß betrachtet und macht das in prallem Sonnenschein, dann kann das schon sehr unangenehm sein, weil das weiße Papier dann sehr, sehr hell ist. Ja, was kann man stattdessen machen? Man kann dann sagen, naja, ich nehme vielleicht eher einen, sagen wir mal, grauen Hintergrund oder irgendwie einen farbigen Hintergrund und schreibe da auf schwarz drauf oder vielleicht auch auf weiß oder in weiß. Das ist möglich. Nur, das sollten wir bei der Gestaltung am Bildschirm nicht machen. Und dahinter steckt wieder unsere Forderung nach Robustheit. Wir sollen robust gestalten. Die Sache ist nämlich die, bei Gestaltung auf Papier haben wir ja es mit Reflexion zu tun und wenn es draußen heller wird oder dunkler wird, dann ändert sich von allem auf dem Papier gleichermaßen der Helligkeitswert. Das heißt, das Verhältnis, das Kontrastverhältnis bleibt immer gleich. In einer einigermaßen dunklen Umgebung habe ich das gleiche Kontrastverhältnis zwischen Vordergrund und Hintergrund wie in einer einigermaßen hellen Umgebung. Das kann man aber beim Bildschirm so gar nicht sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie groß der Kontrast ist, den der Betrachter sieht. Denn zum einen kann man den Kontrast häufig verstellen, man kann am Gerät die Kontraste runterstellen, man kann die Helligkeiten runterstellen und dann ist es schon nicht mehr so weit her mit dem Kontrast. Es gibt das Problem der Umgebungshelligkeit. Also wenn es draußen sehr, sehr hell ist, dann habe ich mit dem selbstleuchtenden Bildschirm häufig ein Problem und sehe überhaupt nicht mehr viel und sehe auch nicht mehr viele Kontraste. Oder ich habe es mit Spiegelungen zu tun oder auf Projektionen sogar ganz stark mit Streulicht. Also ich habe eine Projektion eines Bildschirminhaltes an die Wand und das habe ich bei irgendwo heller Umgebung. Dann habe ich Streulicht, dann gehen die Kontraste auch verloren. Das bedeutet, es gibt so viele Möglichkeiten, wie der Kontrast geringer werden kann, einfach durch Umgebungsbedingungen, die wir nicht unter Kontrolle haben als Gestalter. Deswegen tun wir gut daran, als Gestalter, den höchstmöglichen Kontrast auch vorzusehen. Und wenn es dem Nutzer zu sehr kontrastreich ist, also zu sehr unterschiedlich ist, zu blendend vielleicht ist, das Helle vor dem Dunklen, dann hat er doch die Möglichkeit, ohne weiteres entsprechend den Kontrast selber runterzuregeln oder die Helligkeiten zu verstellen. Das heißt, man sollte nicht den Fehler machen und einfach die Empfehlung aus dem Druck auf den Bildschirm übertragen und kopieren. Das ist an dieser Stelle nicht sinnvoll. Die einzige Ausnahme wäre die, wenn wir mit solchen E-Ink-Displays arbeiten, wie es sie bei E-Readern gibt. So ein Kindle-Reader zum Beispiel hat sowas und viele andere E-Book-Reader haben das auch. Das ist ja eine Display-Technik, die nicht selbstleuchtend ist, sondern die auf Reflexion basiert. Und da ergibt es natürlich wiederum Sinn, am Kontrast vielleicht etwas zu drehen. Obwohl der E-Ink-Reader aufgrund seiner Beschaffenheit sowieso schon einen relativ soften Kontrast nur hat. Was ist noch wichtig im Zusammenhang mit Kontrast und mit Farbdarstellung von Text am Bildschirm? Die Frage, die heute häufig aufkommt, Positivdarstellung oder Negativdarstellung? Sollte man einen Dark Mode benutzen? Sagen wir es mal so herum. Der Dark Mode ist etwas, was sehr modern ist. Neuerdings ist es irgendwie cool, dass man Software so gestaltet, dass wir nicht mehr, wie seit den 80er Jahren üblich, also auf den Systemen der 80er Jahre üblich, einen weißen Hintergrund haben und darauf schwarzen Text, sondern dass wir tendenziell es eher umgekehrt haben, einen schwarzen Hintergrund oder dunkelgrauen Hintergrund und darauf einen hellen Text haben. Das ist eine Entwicklung, die es seit einigen Jahren gibt und deren Ursprung ich mir so ganz nicht erklären kann. Sie hat natürlich ihren Anfang genommen in zwei Bereichen und in denen ist sie auch sehr sinnvoll, aber mittlerweile greift es über auf eigentlich alles in der Nutzungsschnittstellengestaltung und wir werden uns gleich mal noch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, wo kommt es her, wo ist es auch sinnvoll, auf jeden Fall sinnvoll. Das eine ist die Foto- und Videobearbeitung. Bei der Foto- und Videobearbeitung soll ja ein gewisser Inhalt, nämlich das Foto oder das Video, im Vordergrund stehen und das User-Interface in den Hintergrund geraten. Und das gelingt mir natürlich gut, wenn ich das User-Interface dunkel gestalte und dann auch, sagen wir mal, die Elemente auf diesem User-Interface einigermaßen dezent gestalte. Wenn ich das User-Interface hell habe, dann habe ich bei bestimmten Videos und Fotos immer das Problem, dass das User-Interface dominieren könnte gegenüber dem eigentlichen Inhalt. Also an dieser Stelle einen Dark-Mode zu verwenden, ist auf jeden Fall sinnig. Und der andere Bereich ist die Programmierung. Da sehen wir hier rechts ein Beispiel dafür, wo man sehen kann, ja, ich habe hier eine Programmierumgebung und in der Programmierumgebung habe ich das sogenannte Syntax-Highlighting. Und im Syntax-Highlighting ist es so, dass mir die Farben viel plastischer erscheinen. Nein. Und im Syntax-Highlighting ist es so, dass die Farben viel leuchtender erscheinen und viel besser unterscheidbar sind, als wenn ich Syntax-Highlighting auf weißem Untergrund mache. Das sehen wir gleich nochmal später, wenn es um die Farbe geht, die Farbauszeichnung am Bildschirm. Dann sehen wir, dass das wirklich problematisch ist mit Farbe auf weißem Untergrund. Das heißt, an dieser Stelle kann man das auch verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass aus dieser Ansicht ein bisschen auch der Dark-Mode überall entstanden ist. Denn irgendwie sieht es cool aus. Es sieht ein bisschen, naja, so nach Hacker aus. Also ich habe einen dunklen Bildschirm und über den dunklen Bildschirm da laufen so die Texte drüber. Matrix lässt grüßen. Und ich kann mir vorstellen, dass daraus, sagen wir mal, bei einigen Entwicklern die Idee für den Dark-Mode gekommen ist, der sich dann durchgesetzt hat und auch als cool tatsächlich verkauft wird. Wenn etwas als cool verkauft wird, dann sollte man allerdings immer vorsichtig sein, denn dann hat das häufig mit Ergonomie und so gar nichts zu tun, sondern dann handelt es sich um einen Marketing-Gag, könnte man sagen, oder eine Marketing-Entscheidung, um es mal neutraler auszudrücken. Gucken wir uns mal die Vorteile und Nachteile von Positiv- und Negativdarstellung an. Die Nachteile der Positivdarstellung zunächst einmal. Warum sollte ich es vielleicht nicht so machen, wie es da oben ist in dieser Positivdarstellung? Ja, das eine ist die Helligkeitsanpassung des Auges. Wenn ich ein helles, grelles Bild habe in einer dunklen Umgebung, ich sitze irgendwie im Dunkeln, habe das Licht nicht angemacht oder es ist eine Umgebung, die aus irgendeinem Grunde dunkel sein muss, dann habe ich immer eine starke Helligkeitsanpassung zwischen dem Bild und der Umgebung und das kann sehr unangenehm sein. Die grafischen Elemente des User-Interfaces treten in den Vordergrund oder können zumindest in den Vordergrund treten. Den Aspekt habe ich eben auch schon angesprochen, dass das ein Problem sein kann. Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten von Text sind eingeschränkt. Das sehen wir gleich noch und ich habe es auch eben schon angedeutet. Und es gibt bestimmte Augenerkrankungen, die dafür sorgen, dass die Leute, die diese Augenerkrankung haben, ein kontrastärmeres Bild wahrnehmen, wenn es eine große Helligkeit gibt. Das passiert dann zum Beispiel, wenn das Wasser innerhalb der Augen nicht klar ist, sondern trübe. Dann ist es so, wenn mehr Licht ins Auge fällt, dann stehen die Leute quasi im Nebel. Das heißt, für die ist eine Bildschirmumgebung mit viel Helligkeit stark von Nachteil. Gehen wir das mal durch, diese einzelnen Aspekte. Ja, wie ist es denn jetzt mit der Helligkeit des Bildschirms gegenüber der Umgebung? Das ist etwas, das sollte man eigentlich regeln. Das müsste man einstellen. Man müsste also die Helligkeit runterstellen. Es ist keine wirkliche Frage der Positivdarstellung. Grafische Elemente des User Interfaces treten in den Vordergrund. Ja, aber das ist nur in wenig Use Cases wirklich relevant. Farbliche Gestaltungsmöglichkeiten des Textes sind eingeschränkt. Das ist auch in wenigen Use Cases der Fall, wo das wichtig ist. Dass es so ist, sieht man übrigens an dem Beispiel, dass der Buchstabe T von Textes ist blau. Das sieht man aber kaum. Also, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das tatsächlich das Problem ist. Ja, und die Sache mit den Augenerkrankungen, da sind wir eher im Bereich der Barrierefreiheit unterwegs. Das ist nichts, was wir jetzt für das Gros der Nutzer irgendwie entscheiden sollten, sondern wo jemand, der dieses Problem hat, sich das einrichten können sollte, dass es eine Negativdarstellung gibt. Was sind die Nachteile der Negativdarstellung? Für gleichgute Lesbarkeit ist ein höherer Kontrast notwendig. Das hat man herausgefunden, dass das so ist. Dass man also, um die Lesbarkeit genauso zu gewährleisten, mehr Kontrast haben muss, als bei Positivdarstellung. Ein hoher Kontrast bei niedriger Umgebungshelligkeit, das ist das Problem, dass ich Buchstaben habe, die gleißend hell sind. Und das kann dann passieren, dass wenn ich den Text angucke und gucke dann an die Wand, dann sehe ich so die Linien des Textes, die Zeilen des Textes als Nachbilder. Das Problem ist, ich kann das nicht gut kompensieren, denn dadurch, dass der Bildschirm dunkel ist und die Umgebung auch dunkel ist, gehen unsere Augen in einen Modus der Dunkelheit und dann wird der Text gleißend hell. Und das kann ich nicht so gut ausgleichen, wie ich das bei der Positiveinstellung einfach mit der Helligkeit des Monitors ausgleichen könnte, weil ich ja auch eine helle Umgebung habe. 50% der Menschen, und das ist wirklich wichtig, haben eine Hornhautverkrümmung, das nennt man Astigmatismus. Das bedeutet, dass diese vordere Haut, die wir auf dem Auge haben, nicht gleichmäßig geformt ist. Und das hat zur Folge, dass wenn die Pupille weit offen ist, das Licht über viele verschiedene Wege auf die gleiche Stelle auf der Netzhaut treffen kann. Es gibt also eine Streuung. Das heißt, wenn ich die Pupille weit geöffnet habe, wird das Bild unschärfer. Und wenn die Pupille weiter geschlossen ist, dann geht es nur durch den mittleren Teil der Hornhaut auch Licht durch, dann wird das Bild schärfer. Das heißt, das sind Leute, die sehen in Dunkelheit unschärfer und in Helligkeit schärfer. Die sogenannte Nachtblindheit, wie häufig gesagt wird. Und das ist die Hälfte der Bevölkerung. Es ist also nicht irgendwie so Tralafitti, sondern die Hälfte der Bevölkerung hat dieses Problem. Da kann man eigentlich nicht mehr von Barrieren sprechen, wenn es die Hälfte der Bevölkerung entspricht. Und natürlich im Gegensatz zu oben, bei heller Umgebung ist eine häufige Helligkeitsanpassung nötig, wenn der Bildschirm dunkel ist. Jetzt gehen wir das auch mal durch. Der höhere Kontrast ist nötig, das kann man ausgleichen. Okay, kein Problem. Diese Nachbilder, das sollte man vermeiden. Man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass die Leute diese Nachbilder haben. Das macht man dann häufig, indem man dann wiederum den Kontrast verringert. Also, dass man nicht weiß auf schwarz nimmt, sondern dunkelgrau, hellgrau auf dunkelgrau im Prinzip darstellt. Die Sache mit dem Astigmatismus muss man auf jeden Fall bedenken. Das heißt, man sollte den Dark Mode eigentlich idealerweise nicht für Textdarstellungen verwenden. Und als letztes, die Anpassung an die Umgebungshelligkeit. Naja, das kann ich in diesem Falle nicht so gut korrigieren, denn ich kann ja die Umgebungshelligkeit nicht absenken. Ich habe ja darüber in der Regel keine Kontrolle, wenn ich draußen im Freien bin oder sowas. Während ich das andersherum, wenn natürlich der Bildschirm das Helle ist, dann kann natürlich der Nutzer die Umgebungshelligkeit leicht herunterstellen. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Problem bei der Negativdarstellung. Es spricht eigentlich mehr gegen die Negativdarstellung als für sie. Kompromiss aus dem Ganzen sollte sein, man verwendet in der Regel eine Positivdarstellung, erlaubt den Leuten eine Negativdarstellung zu machen und wenn man es andersherum sich entscheiden sollte, dass die Negativdarstellung die Standardeinstellung ist, dann sollte man es auf jeden Fall umschaltbar machen, denn man schließt im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung aus. Das Problem, was ich momentan sehe, ist die Hälfte der Bevölkerung weiß das gar nicht, dass es sie für sie schlechter ist, so darzustellen und sie läuft im Zweifelsfall einem Trend nach. Gucken wir noch mal einmal auf die Farbe und auf die Auszeichnung mit Farbe und da sehen wir ein gewisses Problem. Guckt euch mal vielleicht als erstes die Spalte 2 an. da seht ihr, dass Text in Farbe ausgezeichnet ist und das Problem, was wir hier haben, ist das, dass das nicht gut geht. Also wirklich gut lesbar ist eigentlich nur der dunkelblaue und der dunkelgrüne Text. Alle anderen Texte sind schlecht lesbar, weil der Kontrast gering ist. Bei dunkelblau und dunkelgrün hingegen ist das Problem, dass ich die gar nicht besonders gut sehen kann, dass ich gar nicht besonders gut erkennen kann, dass es sich hier überhaupt um eine Farbe handelt. Wenn ihr das jetzt auch euch auf der Seite mit der 1 mal anguckt, bei der Negativdarstellung, da funktioniert das erheblich besser, da ist die Unterscheidung der Farben erheblich besser möglich und das Repertoire an Farben, was ich verwenden kann auf dem dunklen, ist auch größer. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Vorteil an dieser Stelle in der Negativdarstellung. Wenn ich Positivdarstellung verwenden will, dann sollte ich sowas machen wie bei der 4. Das heißt, ich mache eine Auszeichnung des Hintergrundes, vielleicht nicht mit einer taggesättigten Farbe, wie das bei der 3 der Fall ist, sondern mit einer eher matten Farbe, einer Pastellfarbe und dann habe ich wiederum keine Schwierigkeit, diese Auszeichnung zu sehen, weil sie jetzt großflächiger durchgeführt wurde. Das eignet sich aber nicht für sowas wie Syntax-Highlighting, wohl aber für hier ist eine Fehlermeldung oder sowas an dieser Stelle. Da habe ich dann wiederum kein Problem an dieser Stelle. Soviel zum Thema Textgestaltung und beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Eigengestaltung. Textgestaltung Textgestaltung Textgestaltung